Hm, vielleicht kann ich es versuchen. Was wir kaputt machen, wieder heil zu machen und so weiter. Wir versuchen jetzt irgendwie so weit es geht. Ich interpretiere es zumindest als das gute Ende. Also mit dem Test habe ich das schon nicht geschafft. Mal schauen, wie ich jetzt hier bis damals durchkomme. So, an den Mustern können wir uns irgendwie orientieren, denke ich. So. Können wir die Vase noch irgendwie drehen? Hm. Das könnte da rein gehören. Muss man so ein bisschen dreidimensional denken. Und das hier dann hier da hin. Das demnach dann nach oben rein. Und die Blume dann rein. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. erstmal was Gutes gemacht. Ich glaube nicht, dass das Saft ist. Es ist schon Saft. Es ist schon Saft gekorener Saft. Oh. Dein Totrasen. Blitzer werfen mit F. Ui. Was zum... Schön. Da kann man keinen Pulver drauf strölen. Kein Glitzer. Oh, ich habe noch einen Tisch. Aha. Safttrinkerin. Alles klar. Okay. Haben wir einen Kalender, können wir da noch drauf gucken. 11. Oktober. Sehe ich aber anders. So, ok. Dann verlassen wir mal die Tür. Und gehen wir nach draußen. Mami sagen, dass du gehst? Ja oder nein? Ja, wir sind mal brav. Wir sagen ja. 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 Ich füchse die Fressen zur Kinder und kann man sie versuchen rein, um der Gegend zu schaden. Das ist skandalös. Keiner drin. Ein bisschen Blitzer. Oha! Ein paar Sticker. Sehr schön. Jetzt haben wir da den Sticker. Können wir da auch noch? Ne, ich wollte auf den Pool. Gut, dann halt nicht. Katze. Miet, Miet. Nein. Vorsicht Katze. Ich kenn die Regeln. Okay. Das ist ja auch mal nicht. Okay, so ist es. Okay, okay. Ich kann das machen. Schau nach links. Schau nach links. Schau nach links. Welche Fahrzeuge? Nein. Okay, ich gehe. Let's go. Ach du Scheiße. Was geht hier vor sich? Es ist ein Monster. Was Monster? Ich habe nichts gesehen. Es war da. Ich sah es. Es ist wahrscheinlich nur deine Erinnerung. Ja, das ist wahr. Ich habe einen sehr großen. Schau nach links. Schau nach links. Wir werden so viel Spaß haben. Ja, das glaube ich. Man bleibt doch nicht mit auf der Straße stehen. Oh. Oh. Ein bisschen Puder drüber. Ein bisschen Glitzer. Sehr schön. Es bringt das Herz gleich. Viel besser voran. Ui. Katzin. Okay, Monday Games presents. An Interactive Story by Isaac Martinson und dem anderen. Stoic Natalie Martinson. Henrik Norman. Oh wei. Little Misfortune. Dann haben wir nochmal das Intro gehabt. Created by Isaac and Natalie Martinson. Das war ein Entwickler oder was? Gute Frage. Wo sind wir hier? Das ist ein Safe Point. Ach süß. Kein Zwischen. Das ist eine sehr schwierige Wahl. Es geht um diese Puppe jetzt. Sei bewusst an den Konsequenzen. Okay. Konsequenzen. Aha. Was machst du mit dem Hündchen? Lass ihn frei spielen mit ihm. Hm. Das könnten jetzt schlimme Konsequenzen haben. Lass ihn frei spielen mit ihm. Ich traue mich mal ein Spiel mit ihm. Oder das Spiel ist doch. Spielen ist doch. Let's play. Los spielen wir mit ihm. Ich will mit ihm spielen. Ich weiss auch nicht was hier passiert. Ich lass mich jetzt auf ihn. Welcher Ball? Dieser Ball. Ah, dieser Ball. Okay. Ball spielen. Oh nein. Ach du Schreck. Das Hündchen. Das Hündchen. Oh nein. Das Arme Hündchen. Es gibt nichts mit dir. Manchmal ist es einfach nicht fair. Aber ich bin hier für dich. Ich bin hier für dich. Wirklich? Danke. Oh nein. Oh nein. Jetzt müssen wir den Besitzer natürlich rüber bringen, dass wir seinen Hund getötet haben. Oh nein. Ach du Kacke. Oh nein. Oh nein. Oh. Ein bisschen Pulver. Glitzer. Nicht Pulver. Ach du Schreck. Was steht da? Verbünscht. Verbündig. Verbündig. Das klingt. Das klingt holländisch oder dänisch. Irgendwann. Dänisch ist anders. Das klingt holländisch. Verbündig. Verbündig. Das klingt holländisch. Das klingt... Weil es fast so klingt als könnte man es verstehen auf deutsch. oh du scheiße ein bisschen glitzer nicht noch durch die kotze laufen ich kann es nicht den inhalt beschreiben ach schade können wir schön machen die katze ich kenne uns den kotzer wir mussten ja durchlaufen für die beste interessant kurzschild lesen ja kein müll und keine scheiße hinterlassen ok können wir den müll aufheben Ja, einmal an diesem Lied habe ich mein Kopf in einem Plastik-Bag getrunken. Ich erinnere mich, dass ich schlafen und in das Hospital wachse. Das ist schrecklich. Ja, ich habe fast sterben. Oh, schreck. Können wir hier noch ein bisschen Glitzer werfen? Schade. Was zum... von Krähen verschleppt. Wie kannst du dich von den Vögel lösen? Tritt ihn in die Eier. Blitz auf die Vögel. D. Wir machen mal ein fröhlichen Wann. Ganz genau. Hier, ich gehe. Glitzer Attack! Glitzer Attacker. Einen Freierock hat sie da. Keinen Fallschirm, sondern einen Freierock. Ein falscher Juck. Einen Freierock. Ein sehr schöner Vogel. Ah, das war so ein Rude, Bird. Ah, das war so ein Rude.